Einen wunderschönen. Wir haben heute was Besonderes. Ich habe nämlich gesehen, es gibt ja koreanische Displays. Und ich und Barry haben ja zusammen aktuell die Art Progression Series, wo wir halt auch unter anderem schon an diesem Set waren. Und ich dachte mir so, you know what, das kostet gar nicht so viel. Das kostet ja nur so zwischen 30 und 40 Euro tatsächlich. Und ich habe einen Händler gesehen, wo ich es bekommen habe. Und dementsprechend machen wir heute ein sehr, sehr altes Display auf. Das Labyrinth of Nightmare kam bei uns 2.2 oder 2.3 raus. Ich glaube 2.2 oder 2.3 im TCG. Und es ist halt ein sehr, sehr altes Display. Wir werden hier sehr viele alte Karten sehen. Natürlich auf koreanisch. Was bedeutet, das können wir natürlich im TCG nicht spielen. Und meines Wissens nach kann man koreanische Karten auch nicht im OCG spielen. Weil da zwar Konami draufsteht da oben. Aber das quasi, ja, von einem anderen Dings so hergestellt wird. So wie es, glaube ich, früher eigentlich war mit Upper Deck oder sowas. Ähnliches oder so auf jeden Fall. Aber man kann, glaube ich, koreanische Karten auch nicht da spielen. Deswegen sind koreanische Karten auch immer billiger. Aber die haben natürlich trotzdem einen Sammlerwert. Und einfach trotzdem so ein Labyrinth of Nightmare Display auszupacken, ist halt schon cool. Deswegen dachte ich, nehmen wir diese Erfahrung doch einmal zusammen mit. Und ja, ich hoffe, es passt alles mit der Einstellung. By the way, ich habe das von einem Händler bekommen. Und ich weiß nicht, das Ding ist, wie ihr seht, da ist keine Hülle drum. Koreanische Packs sind meines Wissens nach, die alten vor allem, nicht extra eingehüllt. Das heißt, rein theoretisch, ich will dem Händler ja nichts unterstellen, kann man die halt aufmachen. Und ich weiß nicht, ob man koreanische Packs abbiegen kann. Das Ding ist vor allem auch, hier, wir können es einmal machen, damit ich es einmal sehe. Deswegen ist es auch schön, dass ich auch ein Video mache, weil ich habe da einen Beweis, weil ich das hier aufmache. Man erkennt es vielleicht so ein bisschen. Hier sieht man auch so ein bisschen die Linie. Das ist zugeklebt. Das ist, ja, du hast halt, guck, hier sieht man es. Diese Linie hier, die ist, weil da halt ein Band drübergeklebt ist. Das ist die Tatsache. Ich denke immer so, wenn das halt aus einer Dings kommt, ähm, einer Fabrik oder so, dann wäre das halt auch ein gerader Ding. Aber wir haben hier vor allem, wie man es sehen kann, wir gehen mal ganz nah ran. Die Linie, die hier so geht, die ist nicht mal gerade. Auf der Rückseite halt ebenfalls nicht. Und ich weiß jetzt nicht, wovon das kommt. Aber wie gesagt, ich nehme das Ganze im Video auf. Dementsprechend gucken wir doch mal, ob da jemand eventuell die Ultras oder so die Secrets rausgenommen hat. Ich hoffe einfach mal nicht. Man kann eine Secret pullen, man muss keine pullen. Aber ich hätte die natürlich ganz gerne. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich das richtig mit diesem Messer aufmache. Ich möchte natürlich nichts dämischen. So, jetzt haben wir das einmal aufgeschnitten. Jetzt können wir das auch hier oben aufmachen. Normalerweise kann man das ja hier an dieser geriffelten Linie aufmachen. Aber ich will die Box eigentlich mal noch so behalten. Deswegen öffnen wir die jetzt einmal so. Und wir sehen ganz viele Booster. Wie viele sind das? Ich glaube, es müssten 20 sein. So, wir haben einmal hier die Boosterbox. Ähm, und ganz ehrlich, da werde ich mal auf jeden Fall gucken, dass ich was aufbekomme. Wir haben ganz viele Labyrinth of Nightmare Booster. So, und zwar sind das 20. Äh, 2, 4, 6, 8, 10. Das sind mehr. 2, 4, 6, 8, 10. So, das sind 40. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Das sind 40 Boosterpacks. Das sind einfach 40 drin. Aber, die haben nur, vielleicht erkennt man es auch in der 5, ich kann leider kein Chorealisch. Das heißt, ich werde bei manchen Karten wahrscheinlich nicht mal den richtigen Namen wissen. Äh, aber, äh, da sind 5 Karten pro Pack drin. Dementsprechend, die haben, glaube ich, hier oben so eine Lösche, wo man die aufmachen kann. Ich will einmal kurz gucken, ob ich die so aufmachen kann, dass ich die einmal oben rausnehmen kann. Aber das sieht nicht danach aus. Brauche ich gleich jetzt in der Tat eine Schere. Ich glaube, ich brauche eine Schere. Cool. Ich habe hier eine Schere. Ich habe keine Schere hier. Ich hole mal kurz eine Schere. So, da haben wir natürlich wieder die Schere geholt. Jetzt müssen wir nur noch einmal aufpassen, dass wir natürlich keine Karten beschädigen. Riechen eigentlich koranische alte Packs anders. Oder sind die überhaupt alt? Ne, riecht eigentlich nur noch Plastik. Äh, ich nehme einmal... Achtung, Kopfhörer! Weg damit genau. Mal in den Mülleimer. Und dann schauen wir mal. Fühlt sich weird an. So, wir haben einmal den... Ich glaube... Jetzt gehen wir einmal näher ran. Moment. Den Gigatech-Soldat ist es, glaube ich. Echibio-Dragmord. Ganz alte Karte auch. Und die kommt hier an der Stelle. Okay. Wir haben als Rare einmal von der Schicksalstafel das L. Halleluja. Und dann haben wir noch einmal diesen Elf und den Aal. Ich kriege die Rares mal hier raus. Die Karten kommen hier hin. Das wird auf jeden Fall eine Weile dauern, ne? Das heißt, ich kann rein theoretisch immer zwei davon nehmen, aber ich glaube nicht, dass wir das machen. Leuchtender Abgrund müsste das, glaube ich, sein. Da weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Und dann haben wir die Tafel auch noch mit A. Halleluja. Okay. Jetzt haben wir das L und das A von Final. Wie wir also sehen, die Artworks sind auch zensiert. Und dann haben wir noch... Keine Ahnung, Geldtyp und das Ding. Bei vielen Namen weiß ich... Also ich weiß die deutschen Namen nicht direkt. Man kennt die Karten. Aber man kennt sie nicht. Man erkennt sie nicht direkt. Ist das nicht fliegender Fisch oder rasender Fisch oder sowas? Das war eine meiner ersten Yu-Gi-Oh-Karten tatsächlich. DG ernsthaft? N auch noch? In drei Packs? Wenn... Ich schwörs, ich brech das Video gleich ab, wenn ich jetzt noch die anderen zwei finde. Das waren die letzten drei. Wenn ich jetzt das I und dann das F finde, dann ist Final, Alter. Äh, der... Irgendein Soldat. Und die Schleimabwehr haben wir auch noch. Alter. Kann ich die mal bitte nicht? Äh... Oh, ich muss ein bisschen mehr davon abschneiden, merke ich gerade. Es ist so riskant. Ich will nicht so Booster-Packs mit einer Karte... Äh, mit einer Schere aufmachen. Das fühlt sich einfach falsch an. Ich pack das Ding mal rüber. Den Drachenwurm. Dracheneinschlag oder sowas. Wassergeist und der Aal nochmal. Willst du mich verarren? Wenn da jetzt das F drin ist. Das ist doch safe. Was? Was? What? Romano-Wider-Schleim oder menschlicher Schleim. Ist das eine Falle? Das F ist eine Falle? Nein, okay. Wow. Okay. War das einfach ein Zufall, dass wir die Teile bekommen haben? Den Känguruschlag, diesen Pyro-Geist oder wie der heißt. Und die Karte noch. Wow. Wow. Dann war das einfach Lack. Oder was? What? Oh, guck mal. Die Joey-Karte. Die kleine Wache. Mach scharf. Nochmal die. Und dann haben wir, ich glaube, Sonic Bird. Heißt der nicht Sonic Bird? Der ist cool. Den mochte ich. Den hat Bacora gespielt und Maske. Ich glaube, die gibt nur 700 Artikel weniger. Ich glaube, die gibt nur 7... Ah, dass da 40 Booster drin sind. Das heißt, wir haben 200 koreanische Karten. Kann die Karte runter? Ich merke, dass die nicht ganz unten ist. So. Okay. Mell ich hit. Ist da keine Super drin? Ach, da muss, glaube ich, nicht immer eine Rare drin sein, ne? Ich habe nämlich ein Bild. Einen Moment. Kann ich das nochmal klein machen? Das kann ich klein machen. In so einem Booster soll man eigentlich zwei Ultras, vier Super und 15 bis 20 Rares. Die sind guaranteed. Das heißt, die muss ich eigentlich ziehen. Ich habe mich extra ein bisschen informiert, weil man will ja nicht über den Tisch gezogen werden, ne? Okay, dann muss ich nicht in jedem Pack eine Rare ziehen, aber wir ziehen am Ende mindestens 15 bis 20 Rares. Okay. Dann lasse ich das mal offen, damit ich das immer im Blick habe. Dann haben wir die Zwillinge, nochmal die kleine Wache, noch eine Kibiotragmord, Felsgeist war es in die Bikuri-Box. Das Ding hat einfach einen Namen, trotzdem auch in koreanischen Box. Okay. Das ist weird, solch alte. Also so ein altes Set ist ja an sich ganz cool und ich finde es schön, dass ich auch, wenn ich nicht die finanziellen Mittel habe, um eine richtige Labyrinth of Nightmare Box aufzumachen, dass ich das jetzt quasi trotzdem so ein bisschen mitmachen kann. Generell machen wir das wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Und wir haben Ultra dunkle Todesfurcht. In Ultra. Jetzt haben wir unsere erste Ultra. Super cool mit dem Baby tatsächlich. Sieht sehr, sehr cool aus. Perfekt, da haben wir auch direkt eine Hülle parat für, natürlich. Damit die natürlich auch safe bleibt. Dunkle Todesfurcht in Ultra. Und dann haben wir noch die zwei. Viele Bakura-Karten, ja gut, Nightmare passt auch, ne? Wird langsam warm. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz, ein Moment. Einmal die Heizung hier ausmachen. Erste Ultra davon. Mal gucken. Feuerprinzessin. Feuerprinzessin. Nochmal dieser Ritter. Fusionstor war hier schon drin. Der Wassergeist. Und Tornado-Wand. Gute Tornado-Wand. Das Ding ist, glaube ich, nicht First Edition, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also, äh, müssen wir mal gucken, welche Karten davon dann potenziell überhaupt wert sind. Also, ich gucke mal, vielleicht denke ich dran, dass ich die irgendwie mal einblende, während wir das Ganze hier machen. Ich glaube, ich gehe ein bisschen raus noch. Noch eine Kibio-Dragma und die zweite Ultra direkt hinterher. Reißender Tribut in Ultra. Schöne Karte auf jeden Fall. Dann haben wir einen leuchtenden Abgrund und das Ding kommt natürlich auch direkt rein. Einmal finstere Todesfurcht oder dunkle Todesfurcht und in Ultra noch den reißenden Tribut. Fancy. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch die Chance auf Superrares. Ich glaube, eine Secret ist halt, die zählt da nicht mehr dazu. Also, wir können natürlich auch noch eine Secret ziehen. Da brauchen wir aber wirklich Glück für. Aal. Dieser Feuergeist. Und eine Supermaske der Schwäche. Was? Maske der Schwäche in Super? Ich weiß es gerade nicht, ob es die Maske der Schwäche war. Aber die Super kommt natürlich auch einmal in eine wunderschöne Hülle. So, haben wir schon die erste Super jetzt. Und wir haben noch so viele Packs vor uns. Das war so ein langes Opening. Halleluja. Ich habe eigentlich heute schon sehr viel aufgenommen und sehr viel geredet. Danach brauche ich definitiv eine Redepause. Wobei ich nachher noch ein bisschen GTA spiele. Nochmal dieser Ritter. Einmal das. Uns fehlt immer noch das F der Tafel, ne? Das F der Tafel fehlt uns immer noch. Jetzt will ich schon die komplette Tafel haben. Ist die überhaupt... Ist die Tafel auch nur Rare? Ich weiß... Hoppla. Komm, geh auf. Ich weiß nicht, ob die Tafel auch Rare ist. Die könnte natürlich auch super sein. Dann will ich ehrlich gesagt... Na, weiß nicht, wie sie dann will. Dann haben wir die Schlangenqueen. Und dann haben wir... Der war tatsächlich eine Zeit lang Meter. So als 1,8er Beatstick. Die Elfen und nochmal Ikibio Dragmord. Jetzt war mal die zweite Super auch. Und weiter. Es ist... Es ist weird, das wirklich mit der Schere aufmachen zu müssen. Weil ihr kriegt die Packsons nicht auf, ne? Die sind richtig heftig zu. Dann haben wir einmal das hier. Den Feuergeist. Und Krug der Geon. Klingt gerade sehr viel aufeinander. Halleluja. Jetzt haben wir schon 3 Super tatsächlich. Dann noch ein Fusionstor und eine Feuerhexe. Ich meine, wir haben jetzt schon 2 Ultras und 3 Supers. Also eine Super müsste da rein theoretisch noch drin sein. Wir haben auch sehr viele Packs tatsächlich. Dementsprechend, äh, ja. Vielleicht kriegen wir ein bisschen mehr. Vielleicht ist das ja ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass wir das Secret kriegen. Hoppla. Also ich meine, ich würde nicht Nein zu den Secret Elfenzwillingen sagen. Tatsächlich. Die Hand haben wir einmal. Der Wählende. Dann haben wir Spiritialismus. Und Zyombra. Die gute alte Karte. 2-1 Monster. Kann nicht direkt angreifen. Verliert bei jedem Angriff. 200 Punkte. Gesammelte Kraft. Das Seepferdchen. Super Feuerprinze. Also haben wir jetzt wirklich alle Supers durch? Oder ist das ein 20er Pack, wo die drin sind und wir kriegen noch mehr? Aber die Feuerprinze sind die habe ich lustigerweise auch tatsächlich, ähm, ähm, ich glaube auf Englisch aus Labyrinth of Nightmare, auch in Super. Äh, die Amazone hier nochmal und, äh, irgendeine Amazons Rally. Setzen wir mal kurz anders hin. Äh, ich hoffe, dass, also rein nach dem Ding, wenn ich es gerade richtig vor mir habe, haben wir jetzt eigentlich an Super etc. schon alles bekommen. Also ich hoffe, dass wir tatsächlich noch mehr bekommen. Der Soldat. Ekiwyo Drac. Mord die L. Der Geist. Ach nee, kriegen wir jetzt. War das basically jetzt? 4, 6, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 20. Nee, ich dachte gerade, war das nicht das exakt selbe Set wie vorher? Ja, mit den exakt selben Karten, wenn ich jetzt, nee, Panther Lady hat mir vorher nicht. Okay, aber es war glaube ich trotzdem das gleiche Set. Das Bild, dann haben wir einmal die Blumenrolle, der Baron und eine Heilige Johanna nochmal. Als, ja, eins der Fusion Monster von Serenity im Anime im wunderschönen Noah Filler Arc. Dann haben wir wieder einen leuchtenden Abgrund. Ein Fusionstor. Geisternachricht A. Es fehlt immer noch. Das F. Es fehlt immer noch das F. Hupsala. Das 2000er Mon, das man glaube ich zwischenzeitlich mal wieder gespielt hat, irgendwann in irgendeinem Deck. Die Blitzklinge, irgendetwas aus dem Boden rauskommt und ein sehr verstörendes Artwork in der Tat. So, einmal runterschieben, weil ich will die Karten nicht zerschneiden. Und nein, ich werde nicht mit diesem Bullshit angefangen, meine Karten zu zerschneiden, so in der Hoffnung, also das Pack zu zerschneiden. Da haben wir die Geister nach dem Rennen, nochmal den Felssoldat und die Falle, wo ich den Namen immer noch nicht weiß. Also es könnte dann wirklich sein, dass wir jetzt wirklich nichts mehr bekommen. So, also die sind halt guaranteed. God, please, bitte nicht. Die wird Rackmord. Das alles. So, ich freue mich schon. Ich habe mir, by the way, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das sollte nämlich morgen kommen. Die Prismatic Secret Collection auch geholt mit koreanischen Karten, aber das sind halt neuere Karten auch bei. Und vor allem sind da so Starlights und so auch potenziell dabei. Deswegen, ja. Die Nachricht E, der Wassergeist und die gesammelte Kraft wieder. Das heißt, wie gesagt, wir werden da ein bisschen was auspacken. So, dann haben wir das andere Material für die heilige Johanna noch. Stell einmal Schafkamera. Dankeschön. Den leuchtenden Abgrund. Das Zeug hier. Verstärkten Truppen oder irgend so was hieß es, glaube ich. Bin ich mir nicht mehr sicher. Aber guck mal, mich würde wirklich interessieren, ob Todesfurcht etc. ein bisschen was wert ist. Dann haben wir nochmal eine Zyombra hier drin. So, was haben wir denn hier noch? Ein nettes menschlichen Schleim. Das Ding wieder. Nochmal eine Rare hier drin. Viele Rares haben wir jetzt eigentlich inzwischen. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Rares. Wahrscheinlich werden hier wirklich nur noch ein paar Rares drin sein in den Dingern. Wir haben noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Das heißt, 65 Karten insgesamt, die wir noch haben. Gucken mal und das sieht wirklich danach aus, dass wir gerade nur noch Comments kriegen und dass da die Supers schon verdingst sind. Vergeben jetzt, dass wir die alle haben. Wie gesagt, ich würde super, super gerne natürlich eine Secret nehmen, aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich eher gering. Und da haben wir nochmal ein Rare von diesem Sonic Bird, war es ja, glaube ich. So, was haben wir denn hier? Die Amazonische Bogenschütze haben wir noch. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Melchit. Keine Ahnung, die finden Gold, irgendwas. Ich, äh, wie gesagt, kenne nicht alle Namen davon. Ich glaube, die Feuerprinzessin hat Rebecca im... Die hat dann ein egelhaftes Burn-Ding gespielt. Äh, im... Das war, glaube ich, auch ein Filler-Arc. Der am Anfang, vor der letzten Staffel, wo hier Siegfried Schröder drin war, oder von Schröder. Und das scheint so, als sieht es wirklich, ja, wir werden wahrscheinlich, glaube ich, keine Super oder so... Die kamen alle recht am Anfang, wow. Ich hoffe, da kommt noch irgendwas. Ich habe die recht früh am Anfang bekommen, das wäre... Ach, die Karte, kenne ich noch. Ich fand die Karte immer richtig... Ich fand die einfach schön. Das ist einfach ein schönes Artwork. Die finstere Tür und ein Gilosaurus nochmal in Rare. Den hatten wir noch nicht. Halleluja, wenigstens mal eine neue Rare, die wir noch nicht hatten. Die Gilosauria kam so früh schon, ne? Der war so lange dabei mit seinem Special-Effekt. Also, dass man ihn specialen kann und dagegen darf dann ein Monster vom Friedhof beschwören. Und... Das ist nochmal eine finstere Tür. Oder eine dunkle Tür. Hysterischer Elf. Das ist, glaube ich, in Gold-Format auch aktuell wieder eine einigermaßen gute Karte. Ich weiß nicht mehr, wie die Karte heißt. Die, äh... Ich weiß noch, die hat man letzt... Was ist das letztens? Das ist schon eine Weile her. Die hat man, glaube ich, in Magnetkrieger in Duelings gespielt. Auch weird. Mantis-Königin. Nochmal die Karte. Und dann haben wir noch das... Irgendwie Wurmum-Gehäuer oder wie die heißt. Ich weiß es nicht. Die letzten fünf Packs. Die letzten... Fünf... Packs. Die Karte sieht auch ein bisschen dunkler aus. Im Vergleich, wenn man mal eine heutige neuere nimmt. Gerade aus dem Dings-Deck. Es ist nochmal ein Stückchen dunkler. Tatsächlich. Ich nehme mal die kleine Wache. Und eine, glaube ich, Blumenschriftrolle oder sowas. Und nochmal eine heilige Johanna. Vier Packs. Vier... Packs. Dann hat das, glaube ich, wirklich gepasst mit der... Zwei Ultras, vier Supers. Und ungefähr 15 bis 20 Rares. Melchit. Und die haben vier Bestie auch nochmal eine Rare. Die hatten wir auch noch nicht. Die nehmen wir natürlich auch nochmal gerne. Ich fand die als Kind immer cool. Weil die hatten auch so zwei, vier, ein Tribut war. So war nur ein bisschen schlechter als der Beauftragte. Aber hatte halt dafür auch 2000 Verteilung. Verteilungspunkte, die er nicht hatte. So, komm schon. Du bist jetzt ein geiles Pack. Du gibst mir jetzt ein Secret, okay? Ich hab's im Urin. Hysterischer Elf. Fliegener Fisch. Und ne, nur ohne Blitzkrieg. Und Tsjomra. Zwei noch. Zwei Packs haben wir noch, guys. Zwei Packs. Ich nehm mal kurz die Schere schon mal direkt. Damit wir's schon mal haben. Können wir nämlich die schon mal weglegen. So ist das letzte. Die ich nehm mal jetzt. Okay. Diese Hand. Dann haben wir die Blitzklinge. Wobei, warte. Jetzt können wir aber für die letzten zwei Packs nochmal den Trick machen. Tsjomra. Das Ding. Die Blitzklinge. Und Spiritualism oder so. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Dann, einmal noch das letzte Pack. Einmal noch den Kartentrick. Und dann haben wir. Kamerascharf. Die Elfe. Gesammelte Kraft. Ich weiß nicht, wie die heißt. Der Drachenwurm. Zauberkarte. Und nein, es ist das Ritual für... Wir haben aber nicht mal das Ritual gezogen. Wir haben nicht mal das Ritual gezogen. Aber okay. Hier haben wir einmal den ganzen koreanischen Bulk tatsächlich. Die Karten kleben auch sehr stark aneinander tatsächlich. Kommen einmal kurz hier hin. So. Wir haben einmal... Wie oft haben wir den gezogen? Spreed. Zweimal. Die hier. Die antipische Bestie. Das Drachenmonster. Den Gila Saurier. Den Sonic Bird haben wir glaube ich dreimal, oder? Ne. Den Sonic Bird haben wir auch zweimal. Den Känguru Punch haben wir zweimal. Und ja, wir haben das I zweimal. Das N zweimal. Das A zweimal. Und das L zweimal. Wir haben wirklich von den Rares... Halleluja. Da ist sehr viel doppelt bei tatsächlich. Außer die drei Karten haben wir alle doppelt. Okay. Und dann hatten wir noch die Super Rares. Und zwar hätten wir da einmal die Feuerprinzessin. Den Krug der Gier. Ich weiß nicht mal wie er heißt. Und die Maske. Das ist auf der Karte glaube ich, oder? Ja. Der ist schon hier auf der Karte. Und als Ultra Rares hätten wir einmal, und das ist sehr cool, reißender Tribut und die dunkle Todesfurcht. Sehr cool auf jeden Fall. Es war schön auch mal so ein altes Pack aufzumachen. Auch wenn es halt wie gesagt koreanisch ist. Aber trotzdem zum Sammeln. Hallo. Ich meine, come on. Du hast einen reißenden Tribut aus L.O.B. Das ist schon cool. Dementsprechend, wenn ihr mehr Openings sehen wollt, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr eventuell mal Bock auf andere Sets habt, die es billig auf koreanisch gibt, die man auch mal auspacken kann, lasst mich gerne wissen. Von dem her, lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da. Und man sieht sich dann. Bis dann. Bis dann.